Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits gut mit der Bruchrechnung vertraut sein und du solltest auch wissen, wie man zwischen Bruch, Dezimalzahl und Prozentsatz wechselt. Außerdem solltest du wissen, wie man mit relativen Anteilen rechnet. Unser Ziel für dieses Video wird sein, neben der Berechnung von relativen Anteilen auch absolute Anteile und die Grundgesamtheit mit Hilfe von relativen Anteilen zu bestimmen. Hier haben wir nochmal kurz Box 5 auf dem Arbeitsblatt eingeblendet und gleich darauf folgt Box 6 mit drei Übungsaufgaben. Pausiere jetzt kurz das Video und versuche diese drei Aufgaben selbstständig zu lösen. Vielleicht hast du eine Hilfestellung, wenn du dir die Sachen aus Box 5 nochmal anschaust. Die Auflösung dazu gibt es gleich. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen gut notiert. Jetzt gehen wir die Aufgaben der Reihe nach durch. Wir fangen mit der ersten an. 4 von 28 Personen in einer Gruppe rauchen. Der relative Anteil der rauchenden Personen ist gesucht. Wir schauen uns die Angabe näher an, denn gleich am Anfang haben wir schon den nötigen Hinweis. 4 von 28 Personen können wir in einen Bruch übersetzen und das bringt uns zu 4 28. Wir könnten diesen Bruch jetzt auch noch kürzen. Wir dividieren den Zähler und den Nenner jeweils durch 4 und haben als vollständig gekürzten Bruch ein Siebtel. Wenn wir das in eine Dezivalzahl umwandeln, haben wir näherungsweise 0,143 und das Prozentsatz ergibt das 14,3%. Für die Musterlösung dieser Aufgabe reicht es allerdings den Bruch 4 28 einzugeben. Bei der zweiten Aufgabe haben wir stehen 5 Achtel von 152 Personen haben ein Haustier. Nun ist die Frage, wie viele dieser Personen in absoluten Zahlen ein Haustier haben. Wir wissen bereits, wie wir vorgehen müssen, um einen absoluten Anteil zu bestimmen. Wir schauen uns wieder den Anfang der Angabe an. 5 Achtel von 152 übersetzen wir mit Hilfe unserer Abkürzung in 5 Achtel mal 152. Wenn wir das weiter berechnen, multiplizieren wir 152 in den Zähler hinauf, dann erhalten wir 760 Achtel. Das wäre jetzt an sich schon ein Ergebnis, aber wir hätten gerne eine ganze Zahl. Wenn wir das ausrechnen, 760 geteilt durch 8, dann erhalten wir das Ergebnis 95. Du könntest das Ganze auch nicht mit dem Bruch, sondern mit einer Dezimalzahl ausmodiplizieren. Diesen Rechenweg habe ich hier unten nochmal eingeblendet. Hier haben wir nochmal die Musterlösung. Es reicht also aus, 5 Achtel mal 152 schreiben und Hauptsache wir kommen auf das richtige Ergebnis, 95 Personen. Bei der dritten Aufgabe ist das Ganze ein bisschen anders als bei den ersten beiden. Hier steht 30 Personen in einer Gruppe haben Geschwister. Das sind 5 Siebtel aller Personen in dieser Gruppe. Die Frage ist also, aus wie vielen Personen besteht die Gruppe insgesamt? Wir haben auch als Hinweis hier unten rechts diese Gleichung gegeben. 5 Siebtel mal x ergibt 30. Überlegen wir uns kurz, wie diese Gleichung zustande kommt. 5 Siebtel der Gruppe, das ist eben die Anzahl aller Leute in der Gruppe, sind gleich 30 Leute. Die Frage ist also, wie groß sind 7 Siebtel? Um das zu bestimmen, lösen wir die Gleichung nach x auf. Zuerst bringen wir den 7er aus dem Nenner hier auf die rechte Seite, indem wir mit 7 multiplizieren. Auf der linken Seite bleibt uns noch 5 mal x und auf der rechten Seite 30 mal 7, also 210. Im nächsten Schritt schauen wir, dass wir x auf der linken Seite alleine stehen haben. Dazu dividieren wir durch 5. Auf der linken Seite bleibt uns dann noch x und auf der rechten Seite 210 geteilt durch 5. Das ergibt 42. Das heißt, die Gruppe besteht insgesamt aus 42 Personen. Und damit sind wir auch schon fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.